Gangshit Bruder, ich fahre jetzt mit einer Hand Ich schwöre ich fahre jetzt einfach mit dem Videobeweis Ich schwöre, das ist gefährlich, dieses Ding, Digga Ich habe mein Schattif leider vergessen, sonst wäre es wild geworden Action Machen wir Trick, machen wir Trick Wohin wir machen quer, Salto Bruder, ich bin Dings Europameisterschaft im Fußball gerade Aber ich fahre gerade E-Scooter, ich bin Europameisterschaft, Deutschland hat gewonnen Aaaaaaah Ferrari Vorbei ist schon vorne Ding, Ola, tschüss Bruder Ich bin auf Funk Gindoberik, meine Freunde, was geht ab? Maskenpflicht und so, ihr wisst Bescheid Heute Heidepark Wir sind Heidepark unsicher machen, ihr wisst Bescheid Vielleicht filmt mich der ein oder andere mal gucken Heiner Ja Ne? Deswegen fliegt das mit dem Anderen nichts Deswegen fliegt das mit dem Anderen nichts Ich hab so ne Sportbremse, die greift sofort und damit kam sie ja nicht so Ich hab so ne Sportbremse, die greift sofort und damit kam sie ja nicht so Ja Wir fahren gleich noch was, was mit Wasser zu können Nein Doch Ach so was, das wird zu sein Wie gehen wir denn jetzt hin? Oh ne, das geht jetzt noch Tschüss Ohne Spaß, ich hab gerade in mein Handy geguckt, das sah so aus wie wenn ich jetzt nach hinten falle Nein 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 Man liebt, sehr gut Wetter passt, Achterbahn passt Danke Na Martin Es gibt noch nichts Gle relieen Naja Geist Gle WOL Gle 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 zum feierabend gibt es jetzt noch hier ein slush eis elbeere und ab nach hause kapuzki schlafen leute ich hoffe das video hat euch kurz und knackig gefallen ich wollte tatsächlich ich wollte während einer achterbahnfahrt mein handy mitnehmen mit stativ ist das und so aber da haben die kräfte so gewirkt glaubt es mir in dem video ist es vielleicht nicht so schlimm aber diese eine achterbahn die ich zum beispiel gefilter gefilmt habe die war innerhalb von 2,6 sekunden auf 100 oder so das sieht zwar nicht so aus aber glaubt mir hätte ich mein handy da in der hand gehabt und hätte das gefilmt dann wäre vorbei mein handy wäre heide park andere seite geflogen wahrscheinlich und deswegen ja tatsächlich die haben auch immer darauf hingewiesen bitte nicht filmen bitte handy nicht mitnehmen und so ihr kennt mich sonst hätte ich das gemacht konnte ich aber leider nicht und deswegen so vom weiten mäßig jetzt wird bier getrunken gezockt hier wales dänemark grad 2 0 eine pfeife geht vielleicht noch an abonnieren liken und so überspray